achtung rentner noch ist zeit zur selbst anzeige das finanzamt liest ihre kontodaten aus dem ausland mit frist läuft am 30 september 2023 ab mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de am 30 september 2023 passiert folgendes da melden banken weltweit dem deutschen finanzamt ob sie ein konto im ausland haben jetzt stellt sich natürlich für sie die frage was melden die da eigentlich welche länder machen bei dem datenaustausch mit und welche banken meine damen und herren das bundesfinanzministerium in berlin hat am 20 juli 2023 die neue finale staaten austausch liste veröffentlicht und ich verrate ihnen in diesem video welche länder mitmachen welche nicht mehr mitmachen was genau das deutsche finanzamt eigentlich an informationen über ihr konto den inhalt des kontos bekommt und was sie quasi machen können wenn sie zum beispiel bei der steuererklärung 2022 vergessen haben dass sie da einnahmen auf diesem konto haben schauen wir uns ganz einfach mal an was die was das bundesfinanzministerium als staatenliste hier eigentlich veröffentlicht hat und zwar gehen wir hier ganz gehen wir hier einfach mal rein ich mache das mal ein bisschen größer dass wir das vielleicht mal hier ein bisschen besser sehen und zwar hat das bundesfinanzministerium an die obersten finanzbehörden der länder und dem bundeszentralamt für steuern die finale staatenliste nach dem sogenannten finanzkonten informations austausch gesetz kurz fk aus gesetz bekannt gegeben und zwar kann ich ihnen mal zeigen es sind genau 108 länder ja also es werden erstmal im klassischen sinne die europäischen länder seien die mit bei der beim datenaustausch sind aber auch übersehische länder und andere länder aber auch zum beispiel die türkei ist mit dabei ja also nur dass sie da einfach mal sehen kanada ist mit dabei kolumbien koreanische republik kroatien kuwait und so weiter also viele länder sind mit dabei aber sie wissen wir haben in auf der erde nicht nur 108 länder sondern 195 länder und ja das sind also doch einige nicht dabei die datenaustauschen und es sind sogar im vergleich zu 2022 11 weniger ja und das schauen wir uns dann einfach nochmal dann in der analyse genauer an meine damen und herren also welche länder machen mit das hatte ich schon gesagt und die staatenliste haben wir ihnen auch gezeigt also zum beispiel das vereinigte königreich ist auch noch mit dabei und so weiter und so fort die staatenliste selbst die werde ich in diesem video aber auch in der in diesem video in der video beschreibung dann ordnungsgemäß verlinken dann können sie sich das mal selber angucken dieses pdf ja welche länder sind nicht mit dabei das ist jordanien kenia liberia marokko moldau montenegro die russische forderation klar wegen krieg thailand trinitat und tobago uganda und die ukraine machen aktuell nicht mit so jetzt kommt ja die ganz entscheidende frage was wird denn eigentlich nun am 30 29 23 gemeldet von diesen banken an das deutsche finanzamt und da haben wir ja in deutschland da ist so genannte finanzkonten informations austausch gesetz kurz fk ausgesetzt genannt also fürchterlich abgriff aber wir müssen uns letzten endes an diese begrifflichkeiten ein bisschen gewöhnen und als allererstes geht wird gemeldet persönliche daten also wie sie heißen vorname nachname wo sie wohnen ob sie eine steuer id haben dann die steuernummer wann sie geboren sind wo sie geboren sind adresse auch klar die kontonummer die ist immer mit dabei und was besonders sensibel ist zwei punkte jetzt bitte nicht aufregen meine damen und herren der konto saldo also wie viel gut haben oder überziehung sie auf diesem konto drauf haben und der knackpunkt was nämlich in den letzten zwölf monaten auf dieses konto eingezahlt worden ist das sind daten die an das deutsche finanzamt über das bundeszentralamt für steuern gemeldet werden also das ist schon richtig heftig meine damen und haben und für welchen zeitraum ist diese meldung der meldezeitraum wird immer gerechnet zwölf monate vom 31 juli 2023 bis zum ersten august 20 22 also oder andersrum ausgesprochen vom ersten august 22 bis zum 31 juli 20 23 jetzt kommen wir mal auf die spannende frage was passiert denn eigentlich wenn ich auf meinem auslandskonto geldeinnahmen zum beispiel aus dem jahr 2022 hatte die ich bei der steuererklärung für 2022 nicht angegeben habe muss ich jetzt mit einer strafe rechnen stichwort selbst anzeige ist jetzt das kind in den brunnen gefallen können kann man das wirklich so sagen was kann ich jetzt machen raten sie mir vielleicht zur selbst anzeige muss ich zum anwalt gehen wie sieht die rechtslage aus die rechtslage ist aus meiner sicht relativ einfach ja sie müssen eine selbst anzeige machen und normalerweise müssen sie dafür auch zum anwalt gehen und dass das problem ist aber meine damen und dann das wissen sie auch das kann nicht jeder anwalt also ich zum beispiel kann das nicht ja also eine selbst anzeige die muss hieb und stichfest sein die ansonsten kann nämlich der schuss nach hinten losgehen wenn die selbst anzeige durchgehen sollte also formell und auch inhaltlich korrekt erstellt wird kommen sie ohne geldstrafe ohne haftstrafe noch geldbuch aus aber denken sie bitte immer an den fall uli hoeneß ja wie schwer auch spezialisierte anwälte es mit einer selbst anzeige haben meine damen und herren und der 30 9 ist nicht mehr lange hin also ich kann ihnen nur raten gehen sie zu einem spezialisierten fachanwalt oder fachanwälte für steuerrecht und lassen sie sich bitte ordnungsgemäß beraten es ist nicht mehr viel zeit bis zum 30 9 20 23 für eine saubere selbst anzeige sollte sich herausstellen dass sie auf ihren konten im ausland steuern oder zu versteuernde einnahmen nicht angegeben haben die in größenordnung ist oder über eine million euro gehen dann droht ihnen hier in deutschland wenn das finanzamt das mitbekommt ein strafverfahren und sogar haftstrafe der bundesgerichtshof für strafsachen hat ganz klar gesagt ab einer million euro steuer hinterziehung ist schluss mit lustig dann muss man ins gefängnis also meine damen und herren soweit muss es nicht kommen bitte prüfen sie wenn sie auslandskonten haben und jetzt hier sorge besteht dass sie vielleicht da irgendwas vergessen haben kann ja mal passieren dann bitte gehen sie zu einem fachanwalt für steuerrecht oder fachanwältin für steuerrecht oder spezialisierten steuerberater der sich damit auskennt und lassen sich ordnungsgemäß beraten näheres zum thema steuern und rente finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen wie immer eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel